Die Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung widerspricht dem Sinn der Familie, deren Aufgabe ja gerade die Erziehung des Nachwuchses ist. Völkischer Beobachter Die Sexualität dient der Zeugung von Kindern. Die Familie dient der Erziehung von Kindern. Die Kinder dienen der Erhaltung des Staates als Nachschub von Arbeitskräften, Soldaten und neuen Gebärmaschinen. Mädchen macht die Beine breit, der Strauß braucht CSU-Wähler. Musik Musik Ficken ist, wenn man's trotzdem tut. Wie oft ihr Vögel spielt gar keine Rolle, Hauptsache wenn ihr Lust habt. Wie oft ihr onaniert hängt davon ab, wie oft ihr vögelt. Wer behauptet, dass er nie onaniert, wichst zu viel. Wer behauptet, Ficken ist ungesund, der ist krank. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020